um hey wenn ich auch schon für das aber gar nicht schlecht weil so viele ob so wichtig meines Erachtens gar nicht getötet ich auch nicht nur ich habe schon ziemlich viel eisen und kohle abgebaut hat das hat mich auch stimmt ja ich vergesse immer dass es auch erfahrung bringt naja so mega neu ist es nicht naja ich habe in letzter Zeit jetzt nicht mehr so viel Minecraft gespielt von daher ist es für mich schon noch ein Stück weit neu ich spiele ja seit Alpha ich nicht ich seit Beta ich seit Gamma ja passt schon so also seit der Vollversion oder wie ja ja Gamma ich spiele seit O ok ich spiele seit Omega ich spiele seit der Zukunft Omega ist das Ende Mann Moment O ist doch eine Einheit und die wird also eine Einheit in der nein Physik hier die für Widerstand steht ja benutzen wir dabei das Zeichen für O mal so ist das eigentlich dasselbe hey Jan Jan Cat also ich habe Malte sein Versteck gefunden Malte wird sich nicht freuen bau nichts ab und sei es nicht Raphael und komm in einem Umweg wieder zurück ja ich wollte eigentlich nur Spinnen jagen so weit ist das gar nicht weg ich weiß ich krieg die Agro von allen vier Viechern auf einmal soo ich bring mal zweieinhalb Stacks für die Mauer mit auf Kirchen Kirchen Oh ich will der gerade drauf einmal gefaxen ist Soo da ist ein Skelett versteck Lad Von den die die Erkennung die 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 Erkennung er verheiratet geworden und die Kumpel der Wüste muss die Verkauf er leider vor allem weil du es bist Prozent kein geschmackige Witte ja okay auch ich glaube ich bin bleibt die Lüge die Geh weg, geh weg. Verfiss dich einfach nur. Alter, warum töten wir uns gegenseitig? Ganz im Ernst, warum tötet ihr euch? Das ist doch lahm. Ich hab ihn bei einem Mal geschlagen. Da muss der mit einem Eisenschwert kommen. Pfiostus, das ist ziemlich scheiße von dir. Das hat Spaß gemacht. Äh... Das hast du ein paar Mal gemacht. Ich fand das jetzt fair. Ja, fahrs auch. Von der Mauer, ey. Voll gechillt. Nur, dass ich die Mauer im Gegensatz zu dir grad weiterbaue. Hab ich auch voll gemacht. Ach so. Moment, ich setz eben ein Spawn. Ähm, wo bleibst du? Weil deine Sachen, die Spawn. Ja, der Spawn ist halt ein bisschen weiter weg. Soll ich dich für dich aufsammeln und ein Kissen gehen? Nein, 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 musst du nicht. Also man schafft es wohl schnell genug. Gleich dahinter. Moment, wo liegen die Sachen überhaupt? Da vorne. Ah, ich seh's. Äh, ich geh mal kurz Lava suchen. Hast du's nicht weit? Ich weiß. Oder wollte ich drauf? Glaube ich grad in die richtige Richtung. Oh, Raphael, sag dir mal, sag dir mal, sag dir mal die Portion. Hier's richtig, ich seh schon die Mauer. Gut. Verdammt, ich brauch irgendwo noch Diamanten her. Ja, ich geh mal auch mehr Diamanten besuchen. Moment, Moment, ihr beide hattet doch jeweils einen, oder? Ja, aber du frisst, meint ich. Würde einer von euch den einen, nur den einen, geh gegen was tauschen, ich hab ne Menge Sachen. So, was? Äh, ist mir scheißegal, was du hast. Ich hab alles, was ich brauch bis jetzt. Ja, okay, äh, hier, Lu, kannst du was mit dem halben Stack Whetstone anfangen? Noch nicht. Erst wenn ich im Neta war, dann nicht. Wieso? Egal. Ich kann dir bestimmten Scheiß anbieten, sag einfach was. Einen Diamanten, nein. Bestimmt. Deal. Nee. Warte mal, wo ist der? Warte, ich will mal kurz gucken, was du hast. Uh, da behalten. Ah, dankeschön, das brauch ich. So, ich hab die Mauer mal ein bisschen höher gezogen. Nja, haha. Ach, Moment. Stimmt ja, wir wollten tauschen. Wir sind... Moment, war das jetzt... War das jetzt ein Tauschen oder ein Geschenk? Ich bin verwirrt. Geschenk. Oh, danke, das ist putzig. Den kriegst du irgendwann wieder. Was hast du ihm geschenkt? Den Diamanten. Diamanten. Okay. Wenn ich meinen gehe... Es ist nur einer, der ist... Also wenn du einen Diamanten allein hast, dann ist der ja eigentlich nutzlos. Ja, und eine Schaufel brauch ich nicht. Äh, ich auch nicht. Okay. Jetzt verfolge ich meine... Verdammt. Ich geh mal... Oder wollen wir dann jetzt mal die Aufnahme beenden. Ja, gleich. Mach hier eben noch die Felder fertig. Moment, Moment. Ich muss eben den nächsten Cliffhanger machen. Mit dieser Hacke hier verfolge ich jetzt meine eigenen blutrünstigen Pläne. Ähm... Cut.